Glückwunsch zum Sieg gegen Leipzig. Es war ein Spiel, wo ihr recht hoch gewonnen habt. Vielleicht auch ein Spiel, wo es ganz schwer ist, die Spieler zu motivieren. Wie geht man in so ein Spiel rein, wenn man weiß, dass man das so viel bessere Team ist? Ich glaube, wir haben die Anfangsphase gut gespielt. Das war wichtig in dieser Mannschaft. Leipzig hat viele interessante Spieler und spielt auch mit Hochtempo. Das war wichtig für uns, dass wir mit 100 Prozent konzentriert und mit voll Stimmung beginnen. Jetzt am Ende ist Leipzig noch ein bisschen herangekommen. Habt ihr da schon ein bisschen Kräfte gespart für morgen? Ja, ich glaube, das ist ... Ich weiß nicht, ob wir spielen morgen. Ich glaube, alle sind bereit. Aber generell, jetzt die Vorbereitung ist vorbei. Hier die ersten Pflichtspiele heute. Wie weit schätzt du dein Team mittlerweile? Unser Ziel. Wie weit ist die Vorbereitung? Wie ist es gelaufen? Wie präsentieren sie sich? Das war wirklich gut. Die Vorbereitung war gut. Alle haben gut trainiert. Und natürlich mit ein bisschen verletzt. Aber Fabian kommt heute und hat 15 Minuten gespielt. Und das war auch gut. Und ja, ich glaube, das war eine gute Vorbereitung für uns. Okay, dann viel Glück morgen. Ja, danke. Danke. Danke.